Setze Dich mit gestreckten Beinen auf Deine Matte, Füße sind zusammen und berühren sich. Atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Lege Deine Hände neben Dein Gesäß, Fingerspitzen zeigen nach vorne. Ziehe die Zehen kräftig zu Dir heran und schließe Deine Augen. Drücke Deine Handflächen fest in den Mattenboden, sodass Du Deine Wirbelsäule ganz aufrichten kannst. Arme sind gestreckt, Schultern leicht zurückgerollt, Stirn, Kiefer und Nacken ganz entspannt. Hebe Deinen Brustkorb sanft und spüre in die Öffnung. Die Stabstellung, Dantasana. Drücke die Fersen, die Oberschenkelrückseiten, Knie und Hände fest in den Boden. Dein Hinterkopf und das Kreuzbein bilden eine gerade Linie. Dein ganzer Körper erfährt eine intensive Anspannung, während sich alle Gesichtsmuskeln entspannen können. Lasse Dein Atem frei fließen und genieße Deine aufrechte Haltung. Die Stabstellung, Dantasana. Untertitelung des ZDF, 2020